Hallo und wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge LS17. Hier bei dieser Folge das erste Mal auf der Map Nordfriesischer Marsch. Vierfach Version. Wie wir gerade sehen, haben wir ein neues Spielzeug hier. Ja, mit dabei ist heute Basti. Moin. Der Kurt. Hallzeit. Alpharobbe. Mahlzeit. Der Daniel. Guten Tag. Und der King. Guten Abend. So. Ja, wir haben hier so einen fetten Volvo. Hallo und wie verstehe ich dich gerade? Was? Ich will looten, aber du bist ja ja nicht online. Oh. Hab ja doch gesagt. Wie, was? Folge. Wiesmerker. Heißt das Livestream oder Folge, Basti? Was ist der Unterschied? Guck mal ein Video an. Mann, ey. Guck mal ein bisschen Scherz. Guck mal ein bisschen Scherz. Genau, guck den Helmacht-Video an. Oh, es ist runtergefallen. Na komm her, klein Basti. Krieg ich ja nicht. Ich weiß. Hey, war ein Backflip. Ja, das Ding hat Power. Jetzt kriegst du. Oh, nee. So nicht. Alter Schwede. Schönes Spielzeug. Ja, dann mal hören wir mal, wer hat nicht passiert. Er hat natürlich jemand gedrückt. Ja, den hättest du gleich ins Kühlebecken reingeschmissen. Aber er kriegt ja nicht so Deutsch. Ach, Großsache. So, wo wollen wir den, Wolf, wo den parken? In der großen Halle, ne? Kieswerk. Kieswerk? Ja, brauchst du nicht. Automatische Befüllung. Achso. Ja, den nicht. Bei den Keilsilos oder bei den Silos? Ja. In der großen Halle wird eine Ehe zu wenig Platz sein. Die ganzen Traktoren noch da reinkommen. Busty, Busty, Busty. Busty, 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 Busty. Auch wie der ausgeht, ne? So wie so ein Schiffsmotor. Er hat schon ein bisschen Hubraum. Ja, Hubraum statt Spoiler. Ja. So, was kann man denn schönes machen? Vieh-Transporter war Daniel dabei? Nee. Nee? Kann ich jetzt machen. Beziehungsweise ich fahre jetzt noch eine Ladung Diesel zum Kieswerk. Da brauche ich noch ein bisschen Kniete. Tiere. Ach, wo ist denn der aufgeführt? Unter Diversum. Diversum. Assah, okay. Ein? Ja. Reicht, ja. 38 Schweine rein. Oh, ja, kriegst du auch nie was. So. Der MAN Landai. Haben wir jetzt auch. Wollen wir den drei Achsen in den großen, ne? Ja. Le. Nee, nicht den Le. Nee? Ne, Le ist mit Lift und Lenkachse. Achso, brauchen wir nicht. Den den da vor Anhängerkupplung. Anhänger hinten? Anhänger hinten, ja. Motorausführung die größte. Müssen ja auch auf was ziehen, ne? Ja. Ja. Hauptfarbe Rot, ja. Oder Schwarz? Dann Schwarz. Kein Rot. Schwarz Felgenfarbe. Dann müssen wir da irgendwas anderes nehmen. Schwarz und... Kein Rot. Grau oder sowas. Wollte ich den Daniel hier extra noch durchfahren? Jetzt hat er den Trecker da echt einmal rumgefahren. Ja. Wieso nicht? Aber auch die Beleuchtung ist schön. Ja. Echt gut. Funktioniert der Träder denn auch zum Tiere abliefern? Ja. Sehr schön. Da habe ich ja gefragt, ob wir dann noch ein neues Ding haben. Oh, schön, schön, schön. Achso, ich weiß nicht, mein Drescher. Nein, der Trecker steht zu dir. So, was hat man noch aufgezogen, was wir brauchten? Wollten groß... Echt dünn? Bluch könntest man kaufen. Einen großen Schwader hier von Krone. Das ist ein Schwader mit der Einten an mindestens. Und ein Flug? Ja, den großen. Den Mod. Und einen großen Tunerfass. Den Kodi Plug. Genau. Reicht ja einer. Und platzierbare Objekte, die Ackerschächte. Genau, oder am besten überall an den Fabriken. Ich habe aber noch keinen Kurs, ne? Ich weiß, ich wollte ja auch erst mal abtunken fahren, aber ich kam hier so nicht lang. Ach und, ähm, den Palettenwagen sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Aber wenn da so eine fliegende Palette von rechts kommt. Was, beschmeiße dich mit Paletten, gegen. Naja, die kam so angeflogen. So, nirgendwann. Ist heute Sturm, ist doch gar nicht angesagt. Hier herrscht immer eine steife Brise scheinbar. Eieieiei. Äh, rotieren, QE. Ich will mich doch drehen. Kamera rotieren. Rechts, links? Wo ist denn rechts, links? Muss ich verarschen? Ah, gut da. Eieiei, kann hier überall nicht palaziert werden. Soll ich das mal übernehmen? Kurz hinterm Zaun. Ja, mach du mal. Du hast es ja schon gemacht. Soll ich mir ein bisschen Talas geben. Kriegst ein paar Talas. So, dann machst du die Ackerschächte. Sehr schön. Ach ja. So, was war das denn zu tun? Ihr seid gerade am Ernten? Ja. So, vier. Aber braucht ihr bestimmt einen Abfahrer. Könntest du mir auch ein bisschen Talas geben. Dann kannst du ein paar Tiere holen. So bist du die Schafe. Wie viel soll ich einholen? Keine Ahnung. Gras kriegen wir in Massen hin. Kannst du, keine Ahnung, 200 Tiere, 200 Schafe? Gut. Irgendwie so ist schon mal zum Schaden, zum Gucken. So, dann steigen wir mal in meinen schönen Xerion. Er ist nicht da. Scheiße, ich habe ihn schon wieder irgendwo geparkt, Mann. Das ist immer einsteigen, irgendwo hinfahren. Dann vergesse ich immer, wo ich ihn hingestellt habe. Eben, mein Kartoffellager hast du ihn hingestellt. Ah, stimmt. Danke. Jetzt fällt es mir wieder ein. Oder Rübenlager, je nachdem, wie man es sehen mag. Ja. Habt ihr schon Hänger am Feld stehen? Na, ich meine, da ist es davor, ja. Zwei Hänger also erst. Ja. Ja, ich... Können wir ja gleich in die Brauerei fahren, denn. Ach so. Stimmt. Ich kümmere mal zu euch. Fahre ich ab. Die Hupe funktioniert auch noch. Die blöde Hupe. Also ist der MRN besser als den, den wir vorher hatten, ne? Ja. Dann können wir die anderen beiden ja auch verticken, ja. Vertauschen, ja. Weil die drehen sich immer so schnell raus, wenn du ein bisschen Geschwindigkeit drauf hast. Ja, jetzt sind der aber auch schlimm. Kommt drauf an, wie viel der dahinter ist. Ja gut, bei dem ist er schon ab 50 quasi. Sobald du einen Anhänger dahinter hast, dreht er sich weg. Daniel, bleib sitzen. Ich tanke dich gleich ab. Aber jetzt ist mein Ping relativ gut. 30 MS. 28. Vielleicht ist es auch besser, weil ich teils die großen Karten jetzt runtergeschmissen hab. Möglich, ja. Aber guten Ping hatten wir eben schon. Ja. Ja. Vielleicht weil es noch nicht so spät ist. Das ist möglich, ja. Kurt, du hast noch sehr lange Mittagspause gehabt. Also, mal ganz ruhig hier. Ich lasse das Dieselfast mal hier unten an der Raffinerie stehen. Genau. Kann man Kompost auch ins Hauptlager kippen? Ja, klar. Ja. Aber nicht in die Düngerproduktion, ne? Da geht nur gut und Mist. Ja. Richtig. So, erstmal eine Kohle aufmachen. Nur einer hier, nur du trischst nur alleine. Daniel. Ja, aber ich bin ja gerade. Ach so, die, ja, die Ackerschächte. Genau, genau. Das wäre ich erst mal hier alleine. Ach, ihr habt das Feld so quergeteilt. Ich, ja. Einfaches durchgefahren. Ich war da, dass ich würde da gerne durchfahren wegen Abtab. Dann haben wir rumgefahren. So. Habt ihr einen doch längs ab, ne? Ja, und wollte ich jetzt mal einmal rum hier fahren. Weil ich mal hier einen Kurs hier habe. Ich kann auch mal runter Englisch fahren. Ist auch nicht so schlimm. So, Leute, das war's schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschö.